was geht ab meine freunde und damit herzlich willkommen zurück zu let's try out league of legends sind jetzt im letzten in dem letzten promo game ich habe wieder mit of legends am start diesmal spielt er mit dem alistar mit der kuh und ich bin noch mal den schwarzen mann den lucien denn die letzte runde die war ziemlich sick und wir haben klar dominiert jetzt haben wir den supporter ausgetauscht jetzt haben wir eine ziemlich pokelastige lane gegen uns mit es und so raka wir müssen auf jeden fall so raka fokussen sollte eigentlich alles töfte sein ich habe es gerade gesehen die käme weil im letzten game so ein bisschen bisschen komplett über der karte habe ich jetzt gerade geändert deswegen weil ich quasi ein bisschen später auf allein ob ich fast mein leben nicht nein und jetzt überlebt guck dir das anhalte ich habe gedacht ich kriegst du dauerst oder ich dabei bin doch weg noch wenn du nicht da bist sag ich mal mit meinem kleinen der steht sollte eigentlich reichen wenn ich in dem richtigen timing benutze halt einfach macht diese raka dem für dampen wort macht diese raka dem für damage alter und er springt da wirklich noch rein den hast du noch schade kann man ok läuft nicht so gut wie gerade aber kriegen wir noch hin sagen wir sobald ich da meinen meinen soul reaver fertig habe dann ist gg dann ist das gg im call in im call in im call in Ich meine, Ezreal ist im Early halt verdammt stark eigentlich. Im Late Game aber dann nicht mehr. Ja. Und im Early ist dann halt mit seinem Poke ziemlich ätzend. Oh, ich bin kein Manier. Das ist ein Mammoth. kein mana mehr gehabt man kann doch mal habe ich wohl noch davon konnte ich schon mal eine wenig benutzen toll was sich warum man als käfer in drei leute rein springt im early weil er sich davon jetzt erhofft hatte das ja 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 naja du ja kämt uns jetzt halt ja naja gut dann müssen wir erstmal ein bisschen fahren uuuh Jax hat es gut gemacht ja ja genau wir haben noch einen Jax im Team und soll der carryn wenn wir dort nicht hinkriegen muss er das machen ich meine dafür ist er Jax also von daher ich habe keinen mana mehr naja fuck zudem Leute ich habe immer noch die Hornentzündung weil wegen ist immer noch der selbe Tag wie die letzten zwei Tage quasi für euch für mich sind alle drei Runden hintereinander naja ihr kennt das ja ich nehme ja immer eine ganze Woche auf mir fehlen 40 Gold machen wir das so geht auch dann machen wir das so jetzt 40 Gold kann ich nicht warten und ich habe noch mal Quellen bei der name komposition die die spielen muss es so aufpassen wo hinläuft und wo in welche richtung du dort das ist so schlimm das ist so schlimm das ist so schlimm Mein Gott, ich bin zu weggesohnt. Nein, kriegt er mich wieder, Mann. Haha, scheiße. Oh lol, trifft ihr mich ehrlich nochmal, alter, was? Denn seine Q hat so eine riesen Range, ne? Wow. Kannst du die Knock up'n? Ah. Fuck. Absoraka. Nein, Mann. Ah. Fuck, war der Close jetzt. Ähm, UDS bot, geh rauf, geh rauf, geh rauf. Könnte ich easy diven. Ich bin schon auf dem Weg. Hm. Boah, was? Der Heal, alter. Sie hat das Game auf jeden Fall auf der Botlane entschieden. Ja, kein Mana mehr. Guck. Ja. Gott pfushen. statisticien eigentlich flood. Ja. Doch schießt nicht anfangen. ich muss gucken dass ich jetzt ein bisschen money mache wenn du verlierst bekommst du einen sieg gratis ja ich denke schon aber ich glaube dann hatte ich beim letzten mal auch und dann hat er zu lange gedauert bis ich wieder in die promo bin dann meine ich wurde wieder annulliert quasi der win der mir geschenkt wurde das geht nicht oder geht ja nicht oder war dann weil ich doch mal oder ich war zwei promos hintereinander oder hatte zwei promos hintereinander fuck ey sofort den stun gekriegt ne ich wollte eigentlich sofort noch weg dashen und dann die old nach hinten machen überhaupt sofort stunts gekriegt ne aber guck mal dass der asia auf dem top lane den dings nicht in schach halten kann ne der mein gut wir haben dann quasi den asia und der karstix ja überhaupt nichts auf kette gekriegt dann und dann die bot lane sind also ist Lucian doch nicht free elo nicht direkt ja jetzt krieg ich richtig fahren jetzt krieg ich auch noch mal richtig items aber ich denke mal das wird gleich zu spät sein ja es hätte ich soll ich mir jetzt als nächstes ich glaube jetzt ist eh verärmend guck mal ich mache den video überhaupt kein schaden holt ihr an 0 ist ja gesehen alter mit der und allerdings gelaufen mal der und jetzt durch ach man pro verkackt wer glaub ich doch beim brand bleiben sollen auf jeden fall habe ich ja nächstes mal sieg gratis aber jetzt kann ich mal gucken wie viele punkte wird ich dann runter getroppt 83 oder so zwei games zwei games und welcher wieder promo gehen wir mal mit lane oder der